Die 34 ist in der Bahn. Feine Rossella ist ihr Name, Schuttfohlen, 27.04. geboren. Zuchtgemeinschaft Schmidt-Schröder ist Züchter und Besitzer. Der Vater ist Roter Milan, hat die Zuchtgemeinschaft selbst gezogen und die Staatsprämienstudie Feine Lioba über Lambri, Rima, Widukind ist auf der Mutterseite. Die Feine Lioba hat eine tolle Leistungsprüfung gemacht mit 8,41. Die Feine Lioba hat einen Schwarzregenstück. Ich glaube, ich habe es nicht mehr aussehen, die waren ganz dunklen. Ah. Ja, aber sie kennen es, sie kaufen es, es ist schön. Ja, so war es aber nicht mehr so. Die Elbzeit von der ich da brachte, ich bin ja, die beiden verkauft, habe ich vor und habe es dort vor. Ja, ja, Moment. Ja, die kommen ja auch aus den Teil von der Karte. Ja, ja. Ja. Ja, das ist eine kleine Strecke für die Postmitter. Hier kann ich auf 1800 Euro machen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.